Ja, das ist Minecraft. Also ich sag ja, an sich macht es mir unheimlich Spaß, Minecraft. Vor allem, wenn ich mich dann jetzt hier wieder so richtig reinsteigere. Aber wie gesagt, ich fände es halt schade, wenn halt so vom Let's Play her da überhaupt keine Resonanz ist. Ja, wie gesagt, sagte ich ja schon, dann kann ich auch besser Solo spielen, offline, komplett. Ja, mal schauen. So, okay, mehr Zäune haben wir gerade nicht auf der Tasche. Dann hauen wir hier mal eben die Beleuchtung dran. Das war ja auch noch eine wichtige Geschichte gewesen. So, da gehen wir dann wieder hier so her und gucken. Einfach gegenüberliegend anbringen die Fackeln. Wenn wir es dann treffen. El Blindo. Ah, muy bien. Perfekt. Vor allem ist es wichtig, nicht nur Perfekto zu sagen. Wichtig ist vor allem dieses angehängte Perfekto. Hä? Dieses Hä? Das ist wichtig. Perfekto. Okay. Die Fackeln haben wir auch. Schade, Mann. Da fehlte uns ja jetzt hier gar nicht viel. Okay, da gehen wir nochmal eben zurück. Und? Und? Es wächst, es wächst, es wächst. Boah, da müssen wir aber einige Samen bekommen, bis wir da hinten angekommen sind. Ach du Scheiße. So, komm, dann mach ich jetzt noch ein bisschen hier nur noch weiter. Ein bisschen. Nicht mehr viel, aber etwas. Ähm. Wir können uns Fackeln machen. Zäune brauchen wir. Genau, Zäune, 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 Zäune. Und die Zäune hatten wir doch, ähm... Ach, alles voll Ocelots. Eins, zwei da hinten. Cool. Ähm. Ja, komm, wir legen uns ein bisschen auf die Tasche hier. Ist ja egal. Ähm. Pom, 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 Zäune, Zäune, Zäune. Das haben wir noch, das haben wir noch. Fackeln. Fackeln, fackeln, fackeln. Haben wir Sticks auf der Hand? Ja, haben wir noch. Ach, super. Dann gehen wir einmal hier rein. Schwupp. Oh, haben wir noch acht zusätzlich. Naja, naja, egal. So, die tun wir wieder zurück. Äh, wir haben, wir haben das, wir haben das. Äh. Moment mal eben. Okay. Dann können wir hier auch noch was eben schnell ablegen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Äh, die legen wir erstmal da ab. Das haben wir, das haben wir. Ach so. Genau. Kommen wir auch direkt. Ach du Scheiße. Zwei Kürbissamen nur. Ach du Scheiße. Damit reizen wir ja richtig was. Damit reißen wir ja richtig was raus. Ach du Scheiße. Naja, egal. Komm. So. Wie gesagt, Fackeln haben wir auch genug auf der Tasche erstmal wieder. Genug in Anführungsstrichen. Aber erstmal eben hier für das, was wir hier vorhaben. So. Pass up. Da haben wir alles. Da haben wir alles. So. Dann können wir jetzt. Äh. Äh. Wir machen erstmal da hinten zu. Wir machen erstmal zu. Und dann setzen wir auf den Rückweg die Fackeln. Genauso machen wir es. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am cleversten. Dann setzen wir hier die Fackeln sofort hin. Genau. Und da hatten wir dann einfach zwei in der Mitte gehabt. Das müsste so und so gewesen sein. Da haben wir jetzt zwei. Da haben wir auch zwei Abstand. Gut. Dann setzen wir jetzt hier von der Seite die Fackeln auf der Seite dran. Wollen ja alles schön beleuchtet haben hier. Und das wächst natürlich dann auch besser. Vor allem ja auch nachts, wenn dann da trotzdem Licht ist. So. Schon mal aufgefallen, dass das hier schon seit Ewigkeit nicht mehr geregnet hat. Ja. Das ist das, was ich damals nämlich sagte. Wenn man sich regelmäßig ins Bett legt, dann regnet es total selten nur noch. Hallo Huhn. Tag auch. Okay. Das haben wir auch ausgeleuchtet. Und es ist zu. Ach, das gibt es doch gar nicht. Schon wieder dunkel. Ach ja. Ich hatte ja wieder gedacht, dass man hier rein kann. Kann man ja nicht. Okay. Ach, das gibt es doch gar nicht. Wir haben uns doch vorhin erst hingelegt. Naja. Minecraft will uns verarschen. So. Da höre ich schon unsere Katzen. Und gute Nacht, Marie. Da haben wir noch stehen hier die Spinnen, die wir den einen Morgen gekillt haben nach dem Aufstehen. So. Erstmal aber trotzdem mal. Ja, unsere Betätigungen hier mit dem Rennen. Die verbrauchen wirklich mit Abstand am meisten Energie. So. Ich glaube, wir haben aber alles für unser Vorhaben. Ähm. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir den nochmal auffüllen. So. Okay. Gerade geguckt nicht, dass da uns schon wieder irgendwas verschwunden ist. So. Das sieht doch hier schon langsam interessanter aus. Hatten wir das da hinten schon durchgebaut? Ich glaube ja, ne? Mit dem Pflasterstein. Ich glaube ja, ne? Hatten wir? Hatten wir nicht? Ich glaube, oder? Doch, hatten wir. So. Dann machen wir das hier auch mal eben. So. Und zack. Direkt daran anschließen. Komm schon. Ja. Ähm. Ja. Dann machen wir auch sofort. Komm. Was soll der Geiz? Wir haben es ja. Wir haben es ja sowas von dicke. Wir haben es ja sowas von dicke. Machen wir hier direkt auch so. Und verbauen uns natürlich erstmal sofort. Das wird immer wieder gerne genommen, das Verbauen. Macht einen Heidenspaß. Für Groß und Klein. Für die ganze Familie. Verbauen kann ich jedem empfehlen. Ähm. So. Einen Moment mal. Komm. Machen wir da hinten auch sofort. Hätten wir auch im Nachhinein machen können. Aber es ist mir jetzt doch lieber. So. Da haben wir es komplett anschließen lassen. Das ist richtig. Gut. Dann machen wir das hier auch. Erstmal bis da. Wir sehen ja dann, was dann da noch hinkommt. Schwupp. Okay. Das haben wir auch. Dann. Graben wir jetzt mal wieder hier. Und das Schöne ist, wie gesagt, die ganze Zeit, wo wir hier tätig sind, das, was wir jetzt schon angepflanzt haben, kann schön wachsen. Weil bei den Melonen dauert es natürlich jetzt auch ein bisschen, bis die Stauden richtig gewachsen sind. Aber wenn die soweit ihr Wachstumsendstadium erreicht haben, dass dann letztendlich Melonen entstehen, das geht dann immer relativ schnell. Auf jeden Fall wesentlich schneller wie mit dem Weizen da. Der Weizen dauert ja ewig, bis der mal reif ist. Vorausgesetzt, sie haben das jetzt hier im letzten Update nicht geändert, dass das jetzt da mit den Stauden auch so lange dauert. Das ist natürlich vorausgesetzt. Dann nehmen wir hier aus. Gut, hier müssen wir nachher auch den Stein unten noch rauspfeffern. Ich weiß nicht, ich glaube, Kies hatten wir bis jetzt nicht hier drunter gehabt. Da verabschiedet sich eine Schaufel. Aber da haben wir doch schon wieder einiges geschafft hier in dieser Aufnahmesession. Einiges, würde ich mal so sagen. Ja, denke ich. Aber ich glaube, bevor wir da beim Hausbau weitermachen, machen wir jetzt auch erstmal hier draußen ein bisschen weiter. Weil wie gesagt, hier sind noch wichtige Sachen, die wir machen müssen, die wir eben halt auch für den Hausbau benötigen. Von daher machen wir erstmal hier draußen weiter, bevor wir dann zum Hausbau weiter übergehen. Und da war gerade Kies gewesen. Ich habe es gesehen. Und hier ist Kohle. Sehr schön. Brauchen wir beides. Kies und Kohle. Ganz, ganz wichtig. So, dann mal hier schön rausruppen alles. Weg mit dem Dreck. Ja, ne, den Dreck, den füllen wir ja gleich wieder ein. Das ist ja dann die Erde, ne. Der Dirt. Der Dirt der Erde. Wollte hier was mit Dirty Harry sagen. Aber den kennt wahrscheinlich eh kaum einer. Äh, pass mal auf. Wir können ja hier eigentlich schon mal einsetzen. Ich sehe das ja wohl hoffentlich, oder? Äh. Machen wir mal lieber so. Dauert etwas länger. Aber dafür sehe ich besser, bis wohin wir das machen können. Uuuuh. So. Der ist ja dann ab da schon komplett richtig. Genau. Der ist dann da schon fertig. Nö, ist... Nö. Okay, und hier holen wir uns erstmal die Kohle raus. Kramen wir erstmal nach da. Oh, cool. Cool. Gleich mehr Kohle. Und wir kriegen wieder Erfahrung. Erfahrungspunkte. Super. Geil. Richtig schöner Kohleflöz hier. Das ist super. Komm, da hole ich auch nochmal raus. Oh, geil. Da kriegen wir wenigstens ein bisschen was an Kohle zusammen hier. Schön. Ja, da sind ja schon ein paar. Kohle, wir sind reich. Okay. Das war's mit Kohle. Ja, da war ja auch ganz schön viel gewesen. Ja, richtig cool. Ah. Da war halt wieder der gefürchtete Doppelklick. So, dann muss auch hier zu. Und wir müssen auch mal wieder hoch. Wenigstens eine Etage höher. Erde. Ich wollte schon gerade sagen, hey, mach keinen Scheiß, dass wir jetzt keine Erde hier haben. Äh. Okay. Können wir sofort dicht machen. Ach, guck mal, wie schnell hier die Wiese wächst, ne? Wahnsinn. Richtig schnell. Aber das hatte ich ja auch hier gesehen, wo ich die ganzen Steine rausgemacht habe und anschließend Wiese hingehauen habe. Also Erde hingehauen habe und das Wutternit ja ziemlich schnell zur Wiese. Ah, geil. Hier haben wir auch nochmal einen ganzen Tacken. Oh, schön. Oh, da müssen wir mal gucken, wie wir da am besten vorgehen, dass wir hinterher wieder hochkommen. Und dann alles drankommen. Ja, ist ja geil. Oh, da haben wir nochmal schönen Kies hier. Herrlich. Den brauchen wir ganz dringend, damit wir unsere Wege hier alle machen können. Bis jetzt haben wir ja gerade mal den Hauptweg da gemacht und den auch noch nichtmals ganz. Geil. Und wie gesagt, hier ist natürlich besser hier alles abbauen, wie dann in einer Höhle oder so. So, jetzt aber hier. Und jetzt gehen wir auch noch eine Etage tiefer. Alter Falter. Ja, das ist aber ein geiles Vorkommen hier. Jetzt darf nur nicht dunkel werden. Das wäre dann nicht ganz so witzig. Komm, da will ich noch abbauen. Und dann will ich aber jetzt wirklich eine Aufnahmepause machen. Aber das ist natürlich dann hier wieder sowas bei Minecraft. Jetzt hat man hier wieder sowas. Und ja, da kannst du natürlich auch nicht aufhören. Vor allem möchte ich mich hier auch nicht, möchte ich jetzt nicht aufhören und mich hier ausloggen. Also wenn, dann möchte ich mich in Sicherheit bei uns im Haus ausloggen. Na, sonst komme ich in der Höhle hier wieder rein und auf einmal, huch, wirst du hier voll angegriffen. Eie, jetzt haben wir aber viel ausgegraben. Leck mich am Arsch. Das war aber jetzt echt nicht gerade wenig. Wo ist denn der Ausgang? Da hinten. Okay. Dann machen wir erst mal dazu. Das ist wichtig. Dicht. Da auch noch. Komm schon, komm schon. Das muss aber reichen, weil wir eine Erde haben. Und dann geht es ab ins Aufnahmepäuschen. So. Äh. Nee, komm weg. Da. So. Genau da geht es hoch. Das heißt, dann können wir hier erst mal dicht machen. So, dann haben wir es aber gleich. So. Und dann jetzt hier noch dicht. Und dann kommen wir dem Aufnahmepäuschen immer näher. Also ich jedenfalls. Komm schon. Ja, das reicht. Vor allem habe ich Angst, dass da gleich wieder dunkel wird hier. Hier. Super. Und wir kriegen es sogar noch ganz dicht hier. Da waren wir gewesen. Jetzt nur noch hier. Klasse. Die Gräben haben wir. So, jetzt ab nach Hause. Und dann machen wir nämlich da in der nächsten Folge nämlich weiter. Hüpf. Schnell. So. Und da juckt meine Nase auch wieder passend. Und da ist das Zeichen, dass ich aufhören soll jetzt. Es wächst und gedeiht. Und wir brauchen ganz dringend unser Lager. Okay. Dann würde ich sagen, mal eben noch kurz was essen. Und ich glaube, es ist passend. Es wird nämlich dunkel. So. Wir haben nochmal unsere Futterluke hier gestopft. Genau. Ja, ja. Ich glaube, es wird gerade dunkel. Genau. Wird schon wieder langsam rötlich. So. Wie gesagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja. Ein bisschen Resonanz hier für dieses Let's Play. Würde ich mir wünschen. Und wenn ihr es guckt hier. Könnt ihr ruhig mal kommentieren. Oder auch mal mit euren Daumen bewerten. Wie ihr dieses Let's Play Minecraft findet. Oder auch nicht. Und ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.